AHHHHHHHHH Stoppa! Guten Morgen Leute! Guten Morgen! Heute ist der Tag! Ja, heute Dienstag, es ist 7.20 Uhr, schlag mich tot. Heute, ich und Maxi, wir haben heute mündliche Prüfung in Englisch. Ich bin nervös, weil... Also letztes Jahr ist gut gelaufen, dieses Jahr weiß ich noch nicht. Also Maxi wird auch vloggen, der wird auch sagen, ob er nervös ist oder ob er nicht nervös ist, aber glaub schon. Ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt und das regt mich so, dass ich nicht aufgeregt bin, das regt mich auch, weil dann weiß ich ganz genau, dass ich nachher wieder aufgeregt bin. Und ja, also wir werden dann danach wieder vloggen und sagen, wie es gelaufen ist. Also bis dann, tschüss! 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 Ich bin der Erste, oder? Ja. Oh, danke schön! Ich bin um 11.40 Uhr. Also die muss noch ein bisschen warten, ich bin gleich am Anfang dran. Ist gut so, weil sonst sind die schon so in der Woche als das Erste. Und dann habt ihr dich schon hinter mir und alle anderen müssen noch, ne? Egal, dann krieg ich noch eine Notaste. Also wir gucken, dass wir euch die Noten zeigen, wenn sie so scheiße waren und ihr davon nichts mehr mitbekommen, dann wisst ihr, dass sie Noten scheiße waren. Aber wir versuchen euch natürlich besser mitzuteilen und unsere Emotionen mit euch zu teilen, ne? Hier noch hübsch, ja? Willst du dich auch noch schminken? Nein. Nein? Gut, okay. Dann sehen wir uns nach den Prüfungen wieder. Machen wir jetzt alles so? Und drücken uns die Daumen, ne? Ich bin grad fertig mit meiner englischen Prüfung gewesen. Romana ist noch dran um 11 Uhr irgendwas. Und ja, ach Gott, ja, es ging. Ich hatte mit 2,8. Besser als mit 3. Ne? Positiv sehen. Die Romana macht's besser, gell? Doch. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Romana sagt ihre Note und das steht ihr jetzt dann jetzt. Also, jetzt kommt Romanas Note. So Leute, ich hab meine Prüfung schon gemacht. Ich lauf grad zu meiner Mutter und ich hatte 1,4. Ich bin so happy, unglaublich happy. Und das war pfff. Und ja, also ich stehe jetzt mit meiner Mama feiern. Und dann geh ich zu Maxi. Wir tun dann vielleicht drehen. Und dann gehen wir Eis essen. Ein bisschen feiern, ne? Also, bis gleich. Dann mit Maxi vielleicht. Tschüss. Heute ist schon die... Wie? Die vierte Prüfung, die ich heute hab. Ja. Also, wir haben gerade eben Eis essen, ne? Haben uns doch jetzt sehr gut Noten gefeiert, die blöden... Gar nicht. Ne? Che Romana hat's besser als ich. Gut. Und, ähm, hier ist grad relativ voll. Ich zeig das euch mal kurz. Nö, absolut gar nicht peinlich hier zu vloggen, ne? Nö, gar nicht. Also, ähm... Wir sehen uns gleich wieder, ne? Ja, ja. Ah, ja. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte. Guten Abend! Wir haben uns jetzt noch ein paar Marshmallows genommen und haben uns hier mit so ein paar Kerzen Wir haben uns jetzt hier ein bisschen hingechillt auf dem Netto Parkplatz und machen uns jetzt noch so ein bisschen Marshmallows Die essen wir dann noch und dann haben wir noch ein bisschen Trink, also natürlich noch Wasser und Cola Und auf jeden Fall nehmen wir euch halt noch so ein bisschen mit, was heute jetzt noch wirklich geht, man weiß es nicht Und dann würde ich sagen, wenn wir nicht verreckt sind, melden wir uns gleich Ich hab der Hykser und das war's heute mit dem Tag und damit werden wir insgesamt den Vlog Werden jetzt gleich am Ende, das seht ihr. Überall hier irgendwo Videos verlinkt. Gebt dem Daumen doch ein Video nach oben und kommentiert ein bisschen und lasst uns dann euren Emotionen teilhaben Dann war's das mit dem Vlog, ne? Gute Nacht und bis nächste Woche, ne? Ne, bis Samstag. Bis Samstag. Wir sehen uns Samstag jetzt. Ciao!